Yo guys, what's up the blue gangsta is back with another part of sonic forces Äh, schnell 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 Äh, ich wiederhole gerade die Aufnahme, aber ich habe nichts großartiges gemacht Ihr könnt dann nur sehen, 24 Sekunden vergangen Und zwar war das Audio irgendwie weg, war nur der Regler Und gleichzeitig wollte ich sagen, dass meine Parts nach dem Wenden direkt hochgeladen werden Da ich aber nur ein 3,5er Upload habe, dauert das ein bisschen Und ähm, ja ich rufe da beim Anbieter an Und alles andere was ich sagen wollte, habe ich vergessen Deswegen fuck it, let's move on Wie geil Das ist die neue Fähigkeit Ne, das mache ich so Okay, der hat mich trotzdem getroffen Krank Hä, wollte ich doch gar nicht Geht doch Äh, okay What the hell Was ihr seht, ist nicht real Es nützt nichts Unsere Truppen zerstreuen sich in all der Verwirrung Äh Das ist jetzt schlecht Unsere Truppen waren alle voll Sandes Und jetzt herrscht komplettes Chaos Ach so, der war so ein Jump-Ding Das habe ich gar nicht gesehen Das hat mich grad voll verwirrt Okay Zeit für Operation Aus der Welle Wir rücken vor Und fliegen den Feind weg Wie absurd Was für diese Haufen Mit einem Frontalantriff erreichen Okay Alle weg Ah verdammt Der letzte hier Egal Wir haben hier noch genug Ringe Okay Alright Alright Als Als ob es der 8decke ausämmeret wäre Das ist schlecht Unsere Truppen waren alle zusammen Und jetzt cash komplett Chaos Uh What the hell is going on Okay Okay We are back to normal now Weg da Weg da Okay Oh shit Gott bin ich schlecht Alter der Typ der verwirrt mich total Aber das Level ist krank Die Musik ist krank Verdammt Jawoll Was the hell is going on Alter wie geil Gib mir mal da lang Alter wie geil Hey ich hab doch Alle weg Alle weg Alle weg Alle weg Achso Die Ringfähigkeit kann ich hier gar nicht einsetzen Okay Verdammt Na komm schon Verdammt Ich muss das Level auswendig lernen Es hat viel besser laufen müssen Aber das sieht krank aus Aber das sieht krank aus Schade Nicht mal nah Aber naja Was soll man da warten Sorry Alles etwas das ich nicht brauche Wenn die grün blauen wären Direkt genommen Herr Kunimitsu maß krank Stets mit Stil Stets mit Stil Yo krank Okay Level 17 Versus Infinite Okay Let's move Let's move Achso ja stimmt Ähm Viele denken dass der Methilist ist mit einer besonderen Fähigkeit Hoffentlich habe ich seinen Namen richtig ausgesprochen Die Staten werden dich schwachen immer der sieben Du bist einfach die Zeit für die Säge Oh Okay What the hell Wie kann ich ihn jetzt erwischen Verdammt Verdammt Ffff Fuck fast hätte ich ihn gehabt Verdammt Nein Na endlich Na endlich Gott Verdammt Verdammt Hat das viel zu lang gebraucht Das musste ich wiederholen irgendwann Ein A Krank Ich hätte mir selbst dafür ein B gegeben Nein Nein brauche ich alles nicht Danke Neuen Bohrer Okay 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 der hat jetzt diesen Diamanten oder was der auch immer hat benutzt und hat irgendwie gegen die Fähigkeit von SOS Was heißt SOS Was heißt SOS Was heißt SOS Was heißt SOS Ich spiel mit der Avatar als Leih Avatar Ne das mache ich jetzt nicht Das mache ich jetzt nicht wir machen da weiter wo wir aufgehört haben Alright Let's move on Die große Welle lief gut Aber als dieser Phantom Rubin zum Einsatz kam ging alles schief Dieser falsche Shadow wurde mit Hilfe des Phantom Rubins erschaffen richtig Selbst als virtuelle Kopie ist er genauso stark wie der echte Shadow Rouge Hast du die Informationen die ich brauche Nein noch nicht Aber berichten zufolge befindet Dr. Eggmans Datenbank sich im Chemiewerk Wenn wir dort hingehen finden wir vielleicht etwas Das klingt vielversprechend Wir müssen herausfinden was es mit Infinites macht und dieser virtuellen Realität auf sich hat Tails kannst du dich darum kümmern Klar ich gehe mit Sonic Ich meine mit dem Anderen Zum Chemiewerk Ha Alright let's do it Virtual Reality ist hier der Feind Okay Das ist mit 18 Shit geht das schnell Alter wie geil Leider nicht der Original Soundtrack Das Gebiet ist ganz schön groß Die Suche könnte also etwas dauern Na komm Krank Classic Aber ich sehe dieses Angelehnte ans Original Also ich höre es besser gesagt Komm den kriegen wir Ja Jawohl So Okay Zum Glück bin ich gesprungen Jawohl Perfekt Genau so und nicht anders Krasser Typ Ja Okay Hier gibt es gar nichts Runter hier Ich weiß schon was jetzt kommt Gleich Okay Noch nicht Da ist es Schade Alter sind die hier schnell Hoch da Jawohl Ich wusste es Warum habe ich es getan Egal Checkpoint Zeichen wenn es zu ruhig ist Hier ist Vorsicht geworden Das stimmt Alright Wie geil Das Wasser steigt Etwas muss das ausgelöst haben Auf der Ruhe bleiben So jetzt Schade da komme ich nicht mehr ran Holy moly Oh das habe ich gar nicht gesehen He Das haben die richtig gut gemacht So What Meine Ringe Nein Okay Alles klar Bestimmt kein Esran Schade Mit dem Bonus Hatten wir es hinbekommen Ah Schade Man kann sich hier voll den Emperor erstellen Mal gucken was kommt Puh Hier ist die Datenbank also Keine Katzen Warte kurz wer mich auf die Daten dieses Rechners zugreife Okay Fehlgeschlagene Schlachtpläne alte Roboter Designs Wow 10TB Selfies 10TB Selfies 10TB Selfies WTF WTF Eine Waffe Eine Waffe Die 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 visuelle und tiefen Wahrnehmung kontrolliert dem Gehirn falsche information schickt und so für Opfer eine neue Realität erschafft Okay Wie, als ob man einen blauen Fleck bekommt, wenn man sich im Traum stößt? Unglaublich! Dr. Eggman hat mit verschiedenen Prototypen experimentiert und dann die finale Version bei Infinite eingesetzt. Wenn ich das richtig verstehe, hat die Technologie eine Schwäche. Das ist genial! Das muss ich gleich den anderen sagen. Okay, jetzt kommt's. Warum sagt sie es nicht gleich? Oh, shit. Noch eine Kopie? Warum eine Kopie von etwas machen, was sowieso nicht echt ist? Warum nicht einfach mehr bauen? Hm. Wie auch immer, der gehört zerstören. Auf geht's, Partner! Ihr habt's gehört, let's move it! Red Gate Bridge. Ah, jetzt müssen wir ganz von vorne. Sorry! Ja, wir wissen schon. Das ist echt interaktiv, krack. Krack, die Quick-Time-Events. Die als Cutscene dargestellt werden. Wir können diese Dinger nicht frei herumlaufen lassen. Yeah, yeah, here we go. Haben wir dann etwa auch den Phantom-Mobilen zu verdanken? Dr. Eggmans neue Erfindung ist wirklich nervig. So. Direkt. Okay, dann sammeln die Ringe halt nicht ein. Okay, dann sammeln die Ringe halt nicht ein. Okay, dann sammeln die Ringe halt nicht ein. Toll. Ja genau. Sammeln's halt nicht ein. Okay, dann sammeln die Ringe halt nicht ein. So, geht doch. So, geht doch. Komm schon. Komm schon. Jawoll. Komm, noch ein Hit. Ich muss ihn nur näher kommen. Komm schon. Komm schon. outra war. Verdammt! Verdammt, das war schlecht. Das war schlecht. Das hätte nicht passieren dürfen. Jetzt! Jawoll! Wie das? Bam! Nice! Und wegfällt's! Bam! Mit 2 Wasp! Wasp! Leider nur ein A. But who cares? We did it! Okay. Alles nichts meins. Das war nur Brofist mit Sonic und mir. Ich habe Sonic! Ich weiß, wie wir Dr. Edmunds Phantom Rubin stoppen können. Gute Arbeit! Mit diesen Informationen benötigt der Phantom Rubin eine enorme Menge Energie, die nur das Death Egg liefern kann. Wir unterbrechen einfach die Energiezufuhr und zack! Schon ist der Phantom Rubin außer Gefecht! Okay. Als ich das Death Egg das letzte Mal sah, war es ein schwer befestigtes, naja, Death Egg! Stimmt! Aber ich habe einen Plan! Erst lenken wir Dr. Edmund ab! Dann hacken wir uns mit Hilfe des Chemiewerkcomputers ins Waffensystem des Death Eggs und deaktivieren es! Easy! Sind die Waffen deaktiviert, ist es ein Klacks, das Death Egg zu zerstören! Ohne Death Egg ist der Phantom Rubin quasi nutzlos! Okay! Das ist so verrückt, dass es sogar klappen könnte! Erst brauchen wir ein Ablenkungsmanöver! Ha! Bin schon dabei! Okay! Nein, Knuckles! Du lässt dich zu leicht ablenken! Das ist schlecht für das Ablenken! Außerdem bist du unser Kommandant! Wir brauchen dich hier! Ja! Wie wäre es denn mit dem Recruiten? Dr. Edmund rechnen ich damit! Vielleicht verwirrt es ihn sogar! Gute Idee! Du hast deine Befehle, Recrupt! Wir haben nur noch einen Tag bis Dr. Edmund seinen Plan ausführt! Beide! Okay! All right, then, let's do this! Green Hill Guardian Brock! Fuck! Sehr oft Green Hill! Also, das ist nicht ein komplettes Level, sondern verschiedene Bereiche! Ein was? Dr. Edmund hat also noch eine Waffe auf Lagern! Toll! Sagt nicht, das ist von den originalen Sängern von Stings! Ich hab den Songnamen vergessen! Fuck! Ich hab den Songnamen vergessen! Fuck! So! Eat this! Come on! Wir sind schon auf der Fall! Ja! Die sind schon auf der Fall! Ich hab den Songnamen vergessen! Ja! 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 gleich noch mal ich wollte da gar nicht rein oh oh war gerade noch so schläft ernsthaft ok ok besser so Hä? Wieder der Elstzer, der mich erwischt hat. Alle weg. Wie soll ich das denn schaffen? Mit der Blitzwaffe wäre das viel einfacher. Mach so viel krach wie du kannst. So. Ja, das musste ja sein. Die wollen mich grad mit Absicht nicht durchlassen. Der Ablenkungsmanöver dreht sich alles um den Lockvogel. Also keine falsche Bescheidenheit. Aber übertreib es lieber nicht. Überlass uns das Chemiewerk. Mach so viel krach wie du kannst. Boah, ich dachte grad, ich bin schon wieder gebrettet. Okay. So. Ja, ja. Geht doch. Jawoll, Checkpoint. Hä? Ich hab doch... Okay, die hab ich nicht gesehen. Ja, geil. Hä? Achso, die da oben. Ich dachte schon, hä, was hat mich erwischt? Ich wollte da gar nicht runter. Ich hab X gedrückt. So. Langsam. Ja, ja. Stop, stop, stop. Ja. Nein, ich hab die Blitzfähigkeit leider nicht. Schade, dass man die Waffen nicht ingame switchen kann. Ja, nach vier Minuten perfekt. Oh oh. Super Spyder. Irgendwas. X Spyder. Wir haben hier... Ich trank die Musik. Das Ding darf nicht bis zum Chemiewerkommen. Denke, so lange die Musik abrecken. Okay. Äh. Ja, toll, ich seh ja nicht vom Wurst. Ach so. Ah verdammt... Glückhaft! Das wird ein B-Rang lockern... krank... krank... krank green hell abgeschlossen... 5 minuten... oh mein gott bin ich schlecht... oh mein gott bin ich schlecht... ja B-Rang, was habe ich euch gesagt? was ist das? ich muss mal gleich gucken... ne davon spreche ich mich nix an... gleich mal gucken... ne davon spreche ich mich nix an... gleich mal gucken... ok... das heißt je mehr wir erobern, desto mehr Missionen sind frei... ist ja klar... so... Avatar... werde vorübergehend unverwundbar sobald du 100 Ringe gesammelt hast... zeigen sich das gleiche sozusagen... das ist die 100% Version von dem... dann nehmen wir jetzt nochmal Blitz... Blitz war das hier... blockiere Angriffe von Gegner beim Bremsen... das ist die 100% Version von dem... dann nehmen wir jetzt nochmal Blitz, weil von dem will ich auch die 100% Version... und dann passt das... schnell alles durchgucken... ich will davon eh nix... drauf geschiehen... ich bin fast da... wie läuft die Ablenkung zu unseres Rekruten... so weit so gut... wir sollten vielleicht nicht mehr Rekruten sagen wenn das so weitergeht... ja... als nächstes müssen wir an die Computer im Chemiewerk und das Wappensystem des Dead Eggs abschalten... perfekt... endlich kann ich mal zeigen was ich draufhaben... ha... Alright, let's move it... Chemical Plant Network Terminal... krank... Now it's Sonic time... Ha... That's what I like... Alter, wie krank... Alter, wie krank... Ah, verdammt... Ha... Geil gewettert... Ah, jetzt weiß ich wenigstens, dass es ein roter Ring ist... Probier mal eine neue Strecke... Wir müssen das Chemiewerk einsehen... Wenn jemand in der Aufhören will... Mach ihn plat... Verstanden... Die werden mich nicht mal in der Kopf sehen... Die werden mich nicht mal in der Kopf sehen... Die werden mich nicht mal in der Kopf sehen... Die werden mich nicht mal in der Kopf sehen... Aalten... Aalten... Let's go... Ich hab doch... Ich hab doch... Okay... Zu langsam... Komischerweise... Ja, wir können das von mir aus 50 mal machen... Wir müssen das Chemiewerk einnehmen... Wenn jemand sich aufhalten will... Mach ihn mal in der Kopf... Wir müssen das Chemiewerk einnehmen... Mach ihn mal in der Kopf... Die werden mich nicht mal in der Kopf sehen... Ey, wie geil ist das einfach... Krank... Aber hier kann man ja dann fett durchglitschen... Der Rekrut hat sich als Knopfvogel gut geschlagen... Jetzt bist du dran... Wir müssen das Chemiewerk einnehmen... Wir müssen das Chemiewerk einnehmen... Wir müssen das Chemiewerk einnehmen... Wenn jemand nicht aufhalten will... Mach ihn plat... Ja, Knuckles... Die ganze Zeit diese Dialog-Wiederholung... Warum kann man die nicht aufschalten... Warum kann man die nicht aufschalten... Zack... Okay... Okay... Den hab ich auch nicht gekriegt... Kokischerweise... But who cares... Let's move on... Alter... Wie geil... Ich betrete jetzt das Chemiewerk... Ha... Hier hätte ich auch ohne eine Mission Spaß... Okay... Wenn du... Die Schaltzentrale liegt vor... Dort solltest du das Verteidigungssystem des Grand-Eck ausschalten können... Hä... What the hell was das... Habt ihr gerade... War für euch Sonic auch gerade unsichtbar? Was ist alles sichtbar? Okay... Okay... Warum ich nehm diesen Weg einfach nicht mehr... Boah... Boah... War das knapp... Alter... Acht Minuten... Alter... Na komm... Ah ok... Kann ich auch rüber können... Aber... Okay... Das Ding müssen wir uns überwiederholen... Gut... Dass ich das nochmal gesehen habe... So... Und den gleichen Fehler mache ich nicht nochmal... Äh... Ist nicht so... Deshalb 10 Minuten... Okay... Jetzt können wir das Death-Eck zerstören... Jetzt können wir das Death-Eck zerstören... Ich muss Gas geben... Glaube ich... Ja... Gerade noch so geschafft... Gott... War das schlecht... Was wird's... Ein C... Ja... Sorry guys... Alles nix für mich... Immer noch nicht... Alter... Wie viel... Und das... Obwohl ich nur einen C-Rang habe... Okay... So... Krank... Hoffnung... Ich habe gerade eine Trophäe gekriegt... Jetzt ist Hoffnung... Krank... Jawohl... Wir sind auf dem Death-Eck... Waffensystem ist deaktiviert... Das ist deine Chance... Beeilung... Zerstöre das Death-Eck... Und schalte den Saft ab... Du klingst als einer sein Kinderspiel... Das ist ein Death-Eck... Hm... Keine Sorge... Der andere Sonic hat alles unter Kontrolle... Eben... Let's do this... Gott... Hab ich gerade lang gebraucht... Acht Minuten... Alter... Tschüss... Ah... Oldschool... Hey... Das Verteidigungssystem ist noch aktiv... Das war nicht der Plan... Sie müssen eine Notstromversorgung haben... Ja... Klingt logisch... Okay... Oh 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 oh... Gefährlich... Gefährlich und krank... Give it a gas... Das ging irgendwie so schnell vorbei... So... Weg da... Hey... Die Dinger kommen mir irgendwie bekannt vor... Die Mucke auch irgendwie... Ungefähr... Nice... Schade... Es bringt mich durcheinander... Bleib ruhig... Dann findest du den richtigen Weg... Na komm schon... Jawoll... Alle weg... I'm dangerous... Nicht mehr lange... Ah... Das war so klar... Das war so klar... Da hat mir dieses Ultra Level jetzt... Der Invincible Monitor ja übertrieben viel... Aber... Ah... Geh doch weg man... Nein... Woah... Hoffentlich taucht er nicht nochmal... Das tut er... Na komm schon... Jawoll... Gleich nochmal... Nice... Nice... Jawoll... So und nicht... Okay... Sonic CD... Ich dachte gerade... Special round... Ah... Mist... Hä? Ja... Das hält's recht... Okay... What... Was... Sad... Ich hatte 100 Ringe... Wie ist das passiert... Gott... Mit 0 Ringe wieder... Aber nee... Wie ist das passiert... Schon wieder... Das ist... Also die Physik hat sich ja... Von 0 auf 100 komplett verändert gerade... Okay... So... Diesmal... Lang... Sam... Voll komisch... Krass... Alright... Äh... Okay... Nice da... Natürlich... Ah... Das kommt mir auch angewirkert vor... Ein S... What the hell... Nein... 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 Auch nicht... Nein... Okay... So... Ha... Das Defekt gehört uns... 23... Okay... Hinsatz erfolgreich... Das Signal des Phantom Rubins ist viel schwächer... Das sollte die stärkste Waffe von Dr. Eggman außer Gefecht setzen... Nice... Die Sonics haben uns eine Gelegenheit geschaffen... Die dürfen wir nicht verschwenden... Das ist der Moment auf den wir gewartet haben... Zeit die Rechnung zu begleichen... Jetzt da der Phantom Rubin aus dem Weg ist... Können wir endlich Dr. Eggman zu Omelette verarbeiten... Hä... Hey... Man soll die Hühner nicht zählen... Bis man die Eier zur Debatt hat... Ruch hat recht... Wenn Dr. Eggman und Infinite noch in der Gegend sind... Müssen wir weiter aufpassen... Jupp... Wir müssen alle sicher reinkommen... Okay? Okay... In Ordnung... Alle bereit machen zum Gefecht... Das Ziel ist Dr. Eggman am Zentralturm... Alright... Knuckles mit seiner ultra wichtigen Aufgabe... Metropolis... Metropoliten Highway... Metropoliten Highway... Let's do this... Let's do this... Baaap... Eat this... Wie geil... Nice... Alter... Der war grad so schnell... Okay... Warum ich das Ding nicht... Ich hab grad gar nicht mitbekommen wo der war... Alter... Wie geil... Einfach schnell... Der wollte schon chillen alle... Der wollte schon chillen... Mist... Die hab ich nicht bekommen... Egal... Äh... Okay... Sorry... Einfach langsamer eingehen... Äh... Die hab ich doch... Ah... Stimmt... Damit kann ich... Ja... Stimmt... Okay... Alter... Remix aus Sonics... Und Mirrors Agile... Ah... Schon verstanden... Krank... Das wollte ich zwar nicht... Aber... Ist halt passiert... Ja... Schieß das mal... So... Jetzt langsam... Darunter... Krank... Okay... Direkt auf 100... Ja... Shit... Oh... Gott... War das knapp... Ja... Toll... Hä... Warum hat er jetzt keinen Double Jump gemacht... Komisch... Ja... Ich mach mich nicht... Ich mach mich nicht... Wenn ich dann habe jetzt keinen check-point... Das ist nicht... Oh... Ich mach mich nicht... Da wird immer noch nicht... Der ist einfach... Ich mach mich nicht... Da... Warte... Es ist einfach nicht... In einem Ventil... Alter war das wieder knapp Okay nice Gib mal ein bisschen Gas hier Äh Let's go Ja passt Nice Kein S 1B Wenigstens etwas Nope Nope Alter wie viel denn noch Hätte ich jetzt das Rang dann wärs noch eins mehr Okay Yeah let's just move on Ja 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 1 2 2 3